Heute machen wir einen Film mit dem Regenjagd. Bis gleich! Es kommt ein Umi-Mock. Es kommt ein Umi-Mock. Es kommt ein Umi-Mock. Der Traktor schiebt den Holzeinhänger in das Wegewerk. Der John Deere fährt jetzt zurück, um weiß gestimmt und weiß aufzuladen. Er geht jetzt hin aufs Waldgelände. Hier hinten steht das Gitter, damit da niemand rein gehen kann, der kein Bauarbeiter ist. Hier hinten ist eine kleine Baustelle. Da müssen noch Arbeiten am Sägewerk gemacht werden. Der riesige Langholzrapporter bringt die riesigen Stämme zum Sägewerk. Tschüss! Super rückwärts eingeparkt. Der große Scania bringt die Baumstämme direkt ins Sägewerk. Sägewerk ist gleich eurer Jack. Die ganze Baumstämme, die angeladen wurden. Sägewerkstämme, die werden jetzt zu Pellets gemacht. Die werden im Sägewerk zermahlen. Wie beim Bäcker, der das Getreide mahlt. Das ist der Chef vom Sägewerk. Und das ist seine Frau. Zusammen aufrichtigen die Arbeiter. Damit alles klar läuft und es keine Umfälle gibt. Juhu! Der Manitou muss einen schweren Holzblock rangieren. Hallo, was gibt's, wo kommen wir hin? Genau hier. Abladen! Okay, vielen Dank. Und alles klar. Das Haus ist zu Pellets gemein. Es kann abgeholt werden. 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 Hä? Es war doch ein extra Trapploch, oder? Aber jetzt seh ich nichts an. Der ist so gut. Jetzt werden die Pferdes auf den Anhänger gelassen. Mein tolles riesiges Wegewerk ist in Vitrine. Der ist so gut. Once upon a time, there were three legendary drivers, who raced all the time to find out who is the best. So, let the games begin. Der ist so gut. 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 Ja, der unten drin ist. Hä? Da sind drei solche Hot Wheels Sets drin. Das sind 3 Hot Wheels Sets. Die sind von meinem Freund Wesley. Danke Wesley. Aber hier bekomme ich nur dieses. Oha Rennwaren. Aha, das hier oben kann ich auch öffnen. Da sollte es auch klappen. Scheiße. So, aha. Ich hole schon mal 2 raus. Die stelle ich jetzt mal zur Seite und mache die zweite Packung auf. Krass, wir werden runtergefahren. Die rollen sehr gut. Dass ich sie sehe. Sind Hot Wheels City. Ich könnte mir denken, dass das da oben nur Pulitzer ist. Aber jetzt mache ich es erstmal auf. Ach. Wenn ich das Ganze hier in Kauf bekomme, kann ich sie auch leicht draußen gehen. So. Boah. Cooler Helikopter. Rescue. Was ist das? Weil es sind so durchsichtig. Emergency. Ich nehme an, dass es abschleppt. Und ich könnte mir nur denken, dass das eine Feuerwehr ist. Noch mal ist sie aber noch mal coolere. Boah, sieht der gelbe cool aus. Oh. Was ist das für einer? Kann ich mir denken. Oh. Der Pferd hier in Grail. Der Abschlepper wäre auch nicht... Äh. Der Abschlepper ist ja lustig. So. Der fährt gut. Der rollt gut. Der fährt aber lustig. Das ist ein Hot Rod. Der fährt gut. Der fährt gut. Der fährt gut. Der fährt gut. Ach, das istierend. Er bringt die Laufenden. Das istierend. Der fährt gut. Wenn der fährt gut weg. Der rollt lang und warm. Der kleine Hubschrauber hat auch zwei Turbinen. Es kommt der letzte. Oh, so viele super coole Hot Wheels. Danke, Wesley. Danke, Wesley.